Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, MeeresTV. Ja, wie ihr wisst, wir waren ja gestern angeln und es war cool, aber keinen Fisch gefangen. Außer meine kleine Schwester hat so einen kleinen gefangen und... Ach, da ist irgendwie so eine Fliege, sorry. Hat einen kleinen Fisch gefangen, dann haben wir noch eine Schlange, Spinne, einen Chamäleon gesehen. Nicht Chamäleon, Eidechse, ja Eidechse. Und dann sind wir erst um 23.16 Uhr wieder zurückgefahren, obwohl wir, warte, ja ich nehme noch auf, obwohl wir erst um 13 Uhr gekommen sind, also sind wir lange geblieben, sieben, zehn Stunden sind wir geblieben, also. Und heute waren wir beim Friseur, also ich bin bestimmt jetzt aufgefallen hier, ich habe mir das ein bisschen kürzer gemacht, hier oben auch, damit es jetzt besser aussieht. Dann waren wir heute noch beim Flurmarkt und haben das Trikot gekauft von Borussia Dortmund. Ihr müsst jetzt raten, von wem es ist, okay? Also gilt jetzt für euch und für meine Freunde, für meinen Freunden, wenn jemand von denen richtig rausbekommt, der darf mal mit mir eine Challenge ausdenken, in die Kommentare schreiben und der Gewinner wird dann freigegeben, okay? Und von meinen Freunden und der darf ein Video von mir machen, aber meine Freunde wohnt ja da in der Nähe von mir und dann machen wir dann zum Beispiel eine Schönheit, Wahrheit oder Pflicht, wie der Freund von Jamie auf seinem Kanal Palutem, mit M, Abstand, YOLO, oder Daniel Rodi, oder Zockerhocker, oder Danis Leben, oder Heiko Bentin. Ist auch der Kanal von Jamie. Also, und ich freue mich mega, dass ich jetzt wieder einen Kanal starten durfte und deshalb mache ich mehrere Videos, weil ich habe schon seit sechs Wochen kein einziges Video mehr gemacht. Kein einziges für einen Kanal. Der letzte Video war auf Skor2 und der allerletzte war noch mehrere Sacker. Ja. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, wenn nicht, dann halt runter. Ich werde mich über eine Bewertung freuen und über ein Abonnent auch. Also, abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschöne Mitte!